Die Schnellsten und Schlauesten im Ersten sind heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem? Dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt! Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagd. Das sind unsere vier Mutigen heute. Alle felsenfest überzeugt, hoffe ich, die Elite schlagen zu können. Warum, fragen wir sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Oliver Eberle. Ich bin Psychologe und kenne mich deshalb auch mit Jägern aus. Hallo Jäger, ich heiße Carina Trümper und als Diplomatin werde ich dich glauben machen, dass du auch bei einer Niederlage einen Sieg errungen hast. Hallo Jäger, mein Name ist Thorsten Schwert und ich habe nicht nur den längeren Bart, sondern auch den längeren Atem. Hallo Jäger, ich heiße Samja Jifan und ich bringe die frische Bergluft aus der Schweiz. Deshalb ziehst du dich heute besser warm an. Samja, Thorsten, Carina und Oliver, freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass ihr eine Gewinnermannschaft werdet. Heute, ihr kennt das Spiel, kommt nacheinander zu mir, dann werden alle nacheinander in der Schnellrate und mit viel Geld schon mal einsammeln, um dann jeweils mit dem Geld ins 1-zu-1-Duell zu gehen. Wer es gewinnt, ist im Finale, wer verliert, muss nach Hause und beginnen wird heute Abend Oliver. Hallo Oliver, guten Abend, herzlich willkommen bei GefahrkeiAction. Hallo. Ich hoffe, du hast Lust und bist zuversichtlich. Absolut, los geht's. Ja, aber sollen wir direkt? Aber es ist ja nicht ohne die Situation. Absolut, ja. Hat man nicht alle Tage. Zum Glück, ehrlich gesagt. Soll ja auch was Besonderes sein. Aber wenn du sagst, los, machen wir sofort. 60 Sekunden. Gerne. Mannschaftskapitän geht voran. Wir drücken dir alle die Daumen und deine Zeit startet jetzt. In welchem Jahr wurde die UEFA Euro 2020 ausgetragen? 21. Wie nennt man das Stilmittel, eine Frage zu stellen, auf die man gar keine Antwort erwartet? Ähm, weiter. Rhetorische Frage. Den Eibsee bezeichnen seine Fans nach einer tropischen Atlantikregion, auch als bayerische? Weiter. Karibik. Welche junge Künstlerin singt den Titelsong zum Bonn-Film No Time To Die? Ähm, weiter. Billie Eilish. Welche Stadt hat mehr Wolkenkotzer? Hongkong oder New York? Hongkong. Wer in Österreich gern zum Backen braucht, der benötigt? Hefe. Ja, auf welchem Kontinent liegen die allermeisten Länder, deren Telefonvorwahl mit 004 beginnt? Europa. Wie viele Frauen waren zum Jahresbeginn 2021 Ministerpräsidentin eines Bundeslandes? Drei. Zwei. Als Ophidophobie bezeichnet man in der Psychologie die weit verbreite Dagens vor welchen Reptilien? Äh, Echsen. Schlangen. Mit welcher US-Talkshow-Masterin führten Prinz Harry und seine Frau Meghan im März 2021? Ein viel beachtetes Interview. Welche Theresa wurde 2021 als Deutschlands Bloggerin des Jahres mit einem goldenen Blogger ausgezeichnet? Theresa Böcker. 2500 Euro. Besser als nix. Ja, also deutlich, 2500 Euro besser als nix. Wird er gut gemacht, oder? Das hab ich auch. Fünf Richtige? Alles in Ordnung. Oder bist du unzufrieden jetzt? Ne, nur diese Psychologiefrage, da dachte ich, aber so Phobien sind ja auch... Wahrscheinlich ist es Schlangenphobie, oder so? Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man die hat. Ähm, welchen Jäger hat's denn gerne? Ich verstehe, einen Klussmann vielleicht. Ja? Wollen wir mal gucken, ob er dabei ist heute. Drei sind erfahrungsgemäß am Rangeln, wer auftreten darf. Ich hätte zunächst mal den Quiz-Gott Sebastian Jakubi. Eher unwahrscheinlich, allerdings glaube ich, dass er kommt. Der muss nämlich noch einiges an Resturlaub absitzen. Da ist Herr Klussmann, der Besserwisser. Ihn kann ja keiner zwingen, Urlaub zu nehmen. Wovon auch? Oder ich hätte noch im Angebot den Ex-Bibliotheker Klaus Autonagor. Er sieht sich zumindest reif für die Insel des ewigen Frühlings. Er will nach Madeira, habe ich gehört. Ja, einer von den dreien. Habt ihr Präferenz? Den Klussmann würde ich nehmen. Auch? Jakobi. Jakobi? Samir? Ich habe da, glaube ich, keine Vorliebe. Du kommst ja aus der Schweizer, Herr Hubiger, der ist aber nicht dabei. Ja. Der war mal Schweizer. Ich lasse mich überraschen. Ja, das mache ich auch jeden Abend wieder. Und hier kommt der Jäger. Guten Abend, Herr Klussmann. Guten Abend, Herr Bommes. Freue mich, Sie zu sehen. Wie geht's? Sehr gut. Schöne Jacke. Ist die neu? Ja, so. Ich habe sie schon einmal getragen. Einmal schon, ne? Da hatte ich Sie wahrscheinlich schon darauf angesprochen, ne? Ja, ein Renoir ist das. Das ist, siehste, der hängt doch bei mir. Das war das Bild, ne? Das ist doch das Bild, was bei mir im Gästezimmer, äh, Gästebad hängt. Also, man merke, ARD-Moderator werden. Oliver, möchte ich Ihnen vorstellen. Kapitän einer vorfreudigen Truppe heute. Hallo, Oliver. Kommen mit 2500 Euro für die ersten Angebote. Ja, die kommen jetzt. Auf der unteren Stufe, Oliver, liegen noch 750 Euro. Und oben direkt? Kann ich erst drüber nachdenken, ja? Finde ich gut. Naja, machen wir gleich, erfahrungsgemäß. Wir müssen ja erstmal alles sehen können. Alles klar. Dann schauen Sie mal her. Haben Sie Angst vor Schlangen? 15.000. So. Das ist nix. Ich wollte mal mit so einer Ruhe hier reinkommen, ne? Ich habe gelehnt. Was ist das, das... Ja, genau. Ich mache keine Misszeichen. Bleib, bleib. Ich erinnere mich immer so ein bisschen als Las Ketchup. Wie hieß das Lied? Äh, Serie. Wie? Nein, es hieß der Ketchup. Las Ketchup, glaube ich. 2.500. Wie hieß der Vater? El Tomatina. Wow. Hätte ich auch gut. Hätte ich gut. Tatsächlich? Nee. Ich werde wahnsinnig hier. Jetzt schon. Wir haben noch nicht mal angefangen. Wie angefangen. Und ich möchte gerne wissen, welche Sprache hat das deutsche Wort Butterbrot übernommen? Italienisch, Russisch oder Englisch? Oder warst du schnell? Ja, was sagt der Jäger? Ja. Mit Geschichte? Ich brenne drauf. Ja, es brenne drauf. Na gut, ich habe das mal versucht, im Eigenstudium mir beizubringen mit einer App. Und da musste man immer reinsprechen. Und ich bin immer an diesem Wort gescheitert. Weil sie Butterbrot nicht sprechen können. Ja, aber es wird ja auch nicht Butterbrot, sondern Butterbrot ausgesprochen. Und das ist im Übrigen nicht nur ein Butterbrot, sondern da kann auch mal Käse oder was anderes drauf sich befinden. Also es ist im Prinzip eine Stulle. Ich stelle mir gerade vor, sie müssten Englisch lernen alleine und müssten Oktoberfest sagen. Das würde ja auch schief gehen dann. Oder Kindergarten. Ja. Mann, das kommt doch. Aber super Geschichte. Richtig gute, klasse Geschichte. Top erzählt für die auch. Super Pointe hinten. Hier kommt die nächste Frage. Wie kann man das trendige Kleidungsstück Shacket korrekt beschreiben? Ah, Blusenkleid, Hemdjacke oder Shirtweste? Würde ich jetzt, was hast du genommen? Ziel, Shirtweste. Weil ich wäre jetzt ganz eindeutig vielleicht in die Falle getappt. Auf Hemdjacke, Mischung aus Shirt und Jacket. Echt? So die Sakkos, die so ein bisschen luftiger sind, die ja tatsächlich auch trendy sind. Was sagen Sie doch immer, wenn Sie hier ankommen morgens? Bitte? Das habe ich oft schon bei Ihnen gesehen. Das ist noch der Rest vom Morgenmantel bei mir. Was ist die richtige Antwort? Na bitte, guck mal. Was sagt der Jäger außerhalb jeder Mode Fachkompetenz? Aber das kennt er doch nicht. Ich kann Englisch. Shirt und Jacket. Oder? Ja. Gut, weiter geht's. Macht nix, Oliver. Nächste. Triffst du wieder, bitte. Welches Album von Taylor Swift wurde 2021 bei den Grammys als Album des Jahres ausgezeichnet? A. Black Parade. B. Folklore oder Folklore. Oder C. Rockstar. Was hast du genommen? A. Black Parade. Hat sie nicht zwei in den Charts gehabt in dem Jahr? Ist es deswegen die Frage, welches? Weil sonst wäre ja, müsste ja nur eins ein Taylor Swift Album sein, ne? Ist das richtig mit Black Parade? Ne, Folklore oder Folklore. Was sagt der Jäger? A. Schon zum dritten Mal ausgezeichnet mit dem Grammy des Jahres oder Album des Jahres. Tatsächlich? Aber nicht Hattrick dreimal hintereinander, oder? Ne, okay. Jetzt ist er da, Oliver. Oh, jetzt wird's knapp, ne? Ja, also ist es sogar schon. Aber du hast zum Glück alles in deiner Hand, indem du richtig antwortest jetzt, okay? Welcher große Fluss fließt in seinen ersten Abschnitten von Norden nach Süden? A. Leine, Saale oder die Havel? Oh, krass. Hier ist ein Hund. So, was haben wir? Norddeutsch, Mitteldeutsch, Ostdeutsch, ja, was hast du genommen? Ich hab tatsächlich wieder schnell gedrückt, C, Havel damit, weil ich gesehen hab, vielleicht weiß es nicht. Okay, also taktischer, taktisches C, wo entspricht denn die Havel, Herr, äh, äh, Klussmann? Wissen Sie? Ich bin zugespannt gerade. Na ja, gut, Sie wissen es nicht. Doch. Ah. Was ist die richtige Antwort? Ja, das ist völlig richtig. Sehr gut, Oliver. Du bleibst sicher im Spiel. Was sagt der Jäger? Was denn sonst? Mal weiter, bitte. Hier kommt die nächste Frage. Was gibt es dauerhaft an vielen katholischen Domkirchen? A, Kapitel, Akt oder Strophe? Was hast du genommen, Oliver? A, Kapitel. Ist das richtig? Jawohl, sehr gut. Nur noch zwei. Was sagt der Jäger? Okay. Okay. Ich hab auf Akt gehofft. So nackte Menschen. Vorsicht, Herr Klussmann. Vorsicht mit so einer Jacke. Hier kommt die nächste Frage. Wer leitete am längsten ein Bundesministerium unter Angela Merkel? Oh, sowas mag ich ja. Wolfgang Schäuble, Ursula von der Leyen oder Horst Seehofer? Also insgesamt, oder? Oder ein Spezielles. Ich würde das sagen insgesamt. Ein? Oder? Wer leitete am längsten ein Bundesministerium? Das kann, glaube ich, ressortübergreifend sein. Dann hätte ich nämlich auch eine Antwort. Dann hätte ich jetzt Frau von der Leyen genommen. Das habe ich auch genommen. Weißt du auch? Ja. Was ist die richtige Antwort? Ja, und da sind wir schon auf der Matchball-Stufe. Also du, was sagt der Jäger? Oh. Danke. Den haben wir gebraucht. Also eigentlich nicht, aber er tut gut. Matchball. Welche Tiere sind auf der Staatsflagge von Andorra zu sehen? Ah, Schweine, Ziegen oder Kühe? Jetzt hat Herr Klussmann mal zuerst gedrückt. Ich wollte ihn einfach nur unter Druck sehen. Unter Druck entstehen die, Herr Mann. Aber ich habe... Auf stark. Ich habe die Ziegen genommen. Die Ziegen. Das passt irgendwie so. Passt. In die Region irgendwie so Ziegen. Ziegen. Ist dort, ja. Wenn auf der Flagge von Andorra Ziegen zu sehen sind, ist Oliver im Finale mit zweieinhalb tausend Euro. Es sind Kühe. Was sagt der Jäger? Mu. Muju. Und jetzt ist Matchball für beide. Jetzt ist noch ein bisschen höherer Druck. Aber dann wirst du ein noch schönerer Diamant jetzt hoffentlich. So, auf geht's, Oliver. Bitte ins Finale. In welcher österreichischen Gemeinde startete im Juli 2020 die neue Saison der Formel 1? A. Hitchcock, Spielberg oder Wilder? Hitchcock, Spielberg, Wilder. Ich lese es so vor, wie ihr es wollt. Die Antwort ist? B. Spielberg. Spielberg? Was ist die richtige Antwort? Selbstverständlich Spielberg. Kommt mit den Spaß. Gut, Oliver. Sehr nervig stark, mein lieber Carina. Weiter geht's. Komm on. So, Carina. Wir haben ja erste Nervenprobe, aber überstanden heute direkt. Ja, hat er gut gemacht. Ja, absolut. Und jetzt ziehst du nach hoffentlich, oder? Mach ich. Ja, hast Lust? Ja, gerne. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ich komme aus Berlin, bin Sachbearbeiterin im Auswärtigen Amt. Ach, tatsächlich. Das ist ja spannend. Er hat ja sehr lange auch Politikwissenschaften studiert. Und ist da natürlich, was die Thematik angeht, affin. Könnt ihr euch gleich ein bisschen austauschen. Ach, simpel. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas auch aus deinen Wissensgebieten treffen hier. Ich hoffe sehr, aber es ist ja meistens was dabei. Okay, und ich drücke die Daumen. 60 Sekunden, ab jetzt. Wer verblüfft und erstaunt ist, kippt Redensartier aus welchem Schuhwerk? Äh, Socken. Latschen und Pantoffen. Welche Boygroup aus Liverpool wurde die erfolgreichste 60er-Jahre-Band? Äh, Beatles. In welcher Stadt in Baden-Württemberg steht die Vivili-Brücke? Weiter. Freiburg. XL steht in der Mode für extra large. Seit römischer Zeit, aber auch für welche Zahl? 15. 40. Wen wählte die UEFA zu Europas Fußballer des Jahres 2020? Messi. Lewandowski. In welchem Amt wurde Antonio Guterres 2021 für weitere fünf Jahre bestätigt? VN-Generalsekretär. Ja, aus welchem europäischen Land kommen Autos mit dem Kfz-Länder-Kennzeichen AL? Alban. In was für einem Fahrzeug besichtigt man die berühmte blaue Grotte auf der Insel Capri? Boot. Welches Volk nennt das eigene Land Zhonguo? Weiter. China. Wie lautet eine blumige Bezeichnung für Falschgeld? Welcher Wegbereiter der Astrochemie kam 1811 in Göttingen zur Welt und starb mit 88 in Heidelberg? Gaußen. Bunsen. Befasst man sich in der Mathematik mit befreundeten Zahlen oder geschiedenen Brüchen? Befreundeten Zahlen. Na gut, 2500 Euro. Ich erkenne ein Prinzip hier in der Gruppe. Gut, oder? Gut, zufrieden. Ja, finde ich auch. Das war auch nicht ohne, fand ich. Guterresch. Was hatten wir noch? Albanien. Das waren so, das kann ich zuordnen zum Amt. Und jetzt schauen wir mal, was er bietet. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klosmann, das war eine spannende erste Runde. Jetzt wird es für uns hoffentlich ein bisschen leichter mit Carina aus Berlin. Das möchte ich verhindern. Hallo, Carina. Hallo, Jäger. 2.500 Euro und schauen Sie doch mal was Schönes draus. Respekt vor Diplomaten. Ja. Ich kann ja auch immer einen sehr schweren Wissenstest vorher machen. Daher unten nur 5 Euro. Aber als Botschafter des guten Geschmacks miete ich Ihnen. Sind Sie der Botschafter des guten Geschmacks? 15.000. Das war, muss ich sagen, das war das Lustigste, was ich seit langem von Ihnen gehört habe. Botschafter des guten Geschmacks. Also, ich bleibe. Bleiben? Ja. 2.500 Euro nehmen wir. Legen wir hoffentlich drauf auf die von Oliver und die Jagd beginnt. Carina gegen den Botschafter. Die Methode des Anusara-Yoga basiert auf A. 2 Silben, 3 A oder 4 Vokalen. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung von Yoga. Ich habe also geraten, Sie, 4 Vokalen. Die Methode dieses Yogas basiert auf 4 Vokalen. Om oder? Nee. Das wäre ein O. 4 Vokalen. Ich kaufe ein E. Das geht nicht. Sie haben kein Geld. Oder nehme ich ein A. Was ist die richtige Antwort? 3 A. A. Vielleicht ist es so schön, dass man A macht. Was sagt der Jäger? Der macht sehr viel Yoga. In diesem Hemd. Kommt herab, schauen noch mal. Warum? Was ist diese 3? Was sind die 3 Begriffe im Yoga? Die großen A's. Das gute A. Kenn ich. Das waren Bimmel und Bobbel. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Das geht nicht mehr. Victoria Woodhull versuchte bereits 1872 als erste Frau, was zu werden? A. US-Präsidentin, Päpsten oder Professoren? Sagt dir Victoria Woodhull was, Keiner? Nein, leider nicht. Was ist denn deine Antwort? Ich versuche es mal mit C, Professorin. Wir versuchen es mit der Professorin. Und wir kriegen die US-Präsidentin, die gewollte, aber nicht gewordene. Was sagt der Jäger? Carina, jetzt ist er da. Und ich bitte dich um eine richtige Antwort, damit wir hier sicher weiterspielen. Eben hatten wir es auch. Das ist alles in deiner Hand. Welche Landschaft zeigt Caspar David Friedrichs Meisterwerk ziehende Wolken? A. Rheinschleife-Boppard. B. Ilsetal im Harz. Oder C. Die Lüneburger Heide. Gute Frage. Haben Sie da eine Jacke von? Ich lasse ich ab und fertig zur Feier. Was hast du genommen, Carina? Ich musste leider widerraten und versuche es mit B. Das Ilsetal im Harz. Und ich wünsche mir das so für dich jetzt, weil das ja wirklich echt eine falsche Fußgeschichte hier war. Dreimal in Folge. Aber jetzt bist du im Spiel. Sehr gut. Der erste Schritt. Das Ilsetal. Was sagt der Jäger? Die Rheinschleife. Guck mal, jetzt haben wir schnell einen Patzer wie das Leben ist gleich deutlich schöner. Hier kommt die nächste Frage, Carina. Jetzt läuft's. Wer sang die offizielle Hymne der UEFA Euro 2020 We Are The People von DJ Martin Garrix? Sang das A. Bono, B. Moby oder C. Crow? Oh, nee. War ein schönes Lied, fand ich. Ja. Was hast du genommen? Ich habe genommen A. Bono. Und was ist die richtige Antwort? Ja, ich sage ja, jetzt geht's hier rasant runter. Was sagt der Jäger? Können wir mal eine Hymne von Moby wünschen. Vielleicht bei der nächsten. Ja? Ja, so ein toller Musiker. Gehe ich mit. Nachfall von Hermann Melville, der Moby geschrieben hat. Moby Dick. Genau. Sollen wir weiter machen? Oder haben Sie noch was? Ich könnte auch gerne weiter machen. Privates. Wir gehen jetzt weiter mit der nächsten Frage. Was bedeutet der Name Bolsheviki, den die russischen Sozialisten um Lenin 1903 in London annahmen? A. Revolutionäre, B. Klassenkämpfer oder C. Mehrheitler? Da ist er natürlich meistens im Vorteil aufgrund seiner wirklich beeindruckenden Sprachkenntnisse. Was hast du genommen, Carina? Ich habe genommen B, Klassenkämpfer. Das ist was anderes als Butterbrot, ne? Ja. Wo auch mal eine Scheibe Wurst drauf kann, wie wir hörten. Erkenntnis des Abends. Was ist die richtige Antwort? Mehrheitler. Was sagt der Jäger? Borscheu heißt einfach groß, so wie auch das Theater in Moskau. Okay. Das große Theater. Okay. Aber du kennst die Situation. Zweimal hast du sie schon bewältigt. Jetzt machst du es einfach das nächste Mal und wir nähern uns weiter der unteren Stufe. Welcher Kabarettist veröffentlichte 2021 mit seinen Gute-Nacht-Geschichten die gesammelten Horror-Stories? A. Sebastian Puff-Puff, B. Thorsten Sträter oder C. Olaf Schubert? Wen hast du genommen? Ähm, ich bin, äh, ich habe getippt B, Thorsten Sträter. Der schimpft immer so, ne? Oder der ist so, der ist so zynisch, ne? Vielleicht deswegen? Also Horror ist die Kleidung von Olaf Schubert. Das sagt der Richtige. Ich bin da schon, da komm ich nicht hin. Da ist ja Olaf Schubert aber, äh, ein Dressman gegen ihn. Das ist ja. Das ist die richtige Antwort. Ach, super, Karina. Sehr gut. Haben wir eine Chance auf den nächsten Jäger-Patzer? Ja. Heiter. Und den kriegen wir sogar. Wir sind nur so spät im Fernsehen zu sehen, so Gute-Nacht-Geschichte, der Puff-Puff. Der hat doch ne, irgendwie, ne, so eine Sendung, die um 12 Uhr nachts läuft. Keine Ahnung. Da bin ich auch schon. Ich bin da schon mal live. Hat leider nicht gereicht. Lange her. Noch zwei. Noch zwei. Und wieder ein paar zerfreie. Wie heißt eine lustige Oper in drei Teilen? Zitat. Mit Musik von Paul Hindemith und Text von Marcelus Schiffer. Heißt sie A. Tage im Westen. B. Im Westen nichts Neues. Oder C. Neues vom Tage. Fand ich die Bruno-Frage einfacher. Schließe mich an. We are the people we've been waiting for. Oh je. So, was hast du genommen? Nur geraten. B. Im Westen nichts Neues. Da hätte ich jetzt gedacht, das ist doch der Roman gewesen, ne? Was ist die richtige Antwort? Ja, Neues vom Tage. B. war Remarque, oder? Korrekt. Haben sie von dem auch ein? Von dem? Von dem? Was ist der? Von dem? Der Remarque, der Text so auf dem? Ja, weiß ich vielleicht so. Also normal. Was sagt der Jäger? Neues vom Tage. Berichte vom Tage. Das gab es mal im Fernsehen früher. Ich glaube, ich habe dich, ich kann dich lesen, Carina. Du magst es nicht so mit Vorsprung. Du brauchst immer den Druck. Du brauchst immer den Druck. Der Jäger im Nack. Hier kommt die nächste Frage. Und wieder bestehst du bitte diese Prüfung. Peter Eisenmann, Architekt des Holocaust-Mahnmals in Berlin, geht als einer der wichtigsten Vertreter welches Architekturstils? Du sagst es mir. Genau. Habe C getippt, Funktionalismus. Getippt mit einem sogenannten, wie heißt das immer, Educated Guest, wo du ein bisschen fragt sich wie educated. Ist der educated oder nicht so educated? Ist das richtig? Nein, es ist der Dekonstruktivismus, den ich jetzt auch noch mal aussprechen musste. Von Eisenmann. Eisenmann? Nicht Eisenmann? Ist kein Deutscher. Peter Eisenmann. Ja, ist er. Peter Eisenmann, Architekt des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Was sagt der Jäger? Wie schade, aber es war super spannend und hat eigentlich jetzt eben schon ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank, Grüße an Benni, Thorsten, weiter geht's. So Thorsten, guten Abend. Schade, Mensch, ich hätte es Carina sehr gegönnt. War auch sehr nervenstark, aber irgendwann... Ich wollte fortsetzen können. Hättest du es gewusst haben mit dem D-Konstrukt-Dingsbums da? Oh, nee, ne? Auch nicht. Na gut, wo kommst du her? Aus Hamburg. Aus Hamburg, was machst du beruflich? Ich bin Werbetext-Star. Okay. Na dann, äh, wollen wir direkt? Ja, komm, ja. Und du darfst mehr als 2500 Euro übrigens. Es ist erlaubt. Ich drück die Daumen und die Zeit für dich, Thorsten, startet jetzt. Welches antike Volk verortete den Olymp als den Sitz der Götter? Richtig. Vor 70 Jahren erschien der literarische Klassiker Der Fänger im... Rock. Welche Süßigkeit am Stiel wird aus dem Wort Schulter, wenn man die Buchstaben vertauscht? Weiter. Lutscher. Welches Nachbarland erreicht man, wenn man von Freiburg im Breisgau aus in den Süden fährt? Schweiz. In der Küche gilt Lattich als Urform aller? Weiter. Salat. In welchem Jahrhundert wurde das Kölner Wallraff-Richards-Museum eröffnet? 20. 19. Welche fliegenden Säugetiere assoziiert man mit Vampiren? Fledermäuse. Wie heißt die Hauptstadt von Nordmazedonien? Weiter. Skopje. Welche Hosen waren bei den männlichen Aristokraten im vorrevolutionären Frankreich modern? Kniebultusen. Ja. Wie heißt die Insel in Thomas-Morus-Roman Utopia? Utopia. Welche Richard-Wagner-Figur ist der Sohn von König Rivalin und seiner Frau Blanche Flur? Äh, weiter. Tristan. Gibt's bei Kommunalwein grundsätzlich eine Prozent-Hürde? Nein. Wie wird umgangssprachlich eine Pollenallergie genannt? Weiter. Heuschnupfen. Aus welchem Land kamen die meisten Fragen? Da wollte ich schon die nächste Frage vorlesen. Ich dachte, der Heuschnupfen kommt noch. Dreieinhalbtausend. Hast du gut gemacht. Sieben richtige? Kniebundhose. Ja. Ist es in Anlehnung an die Vorrevolutionäre oder ist es einfach dein Style? Nein, das ist nicht so mein Style. Ich ahne schon, wie der Klussmann rauskommt nächste Woche, wenn er das sieht. Jetzt hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, das ist der Mann mit dem guten Geschmack jetzt hier. Vergessen Sie Olaf Schubert. Das ist ein Dressman. Das ist schon, ne? Und Sie sehen ja nicht mal die Kniebundhosen. Die New York Knicks sind da. 3.500 Euro. Thorsten kommt mit der besten Runde des Abends hier. Stark, ich muss aufpassen. Ja. Machen Sie mal was Gutes. Immerhin liegen ja unten noch 1.000 Euro. Oben ist interessant. Sie haben so tolle Socken. Socken Sie doch mal. 5, nee, 20.000. Na bitte. 20.000. Heute schon immer nur 15. 20.000 ist ein Brett, ne? Ja, gibt es nicht. Bleiben? Sicher. Bleiben Sie sicher? Ja, wir wollen Sicherheit. Sicherheit? Aber so sehen Sie nicht aus. Ich kann mich nicht gegen das Team stellen. Doch, das geht. Sicherheit verstehe ich aber jetzt hoffentlich falsch, oder? Ja, nee. Also es ist halt das Bleiben. 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 Dann ist auch sein kläglicher Witz mit Socken und Zocken nicht aufgegangen. Im Internet wird das abgefeiert. Größer an die Community. Dafür machen Sie es. Klar, die Jagd beginnt. So, hier geht es seriös weiter. Und die Frage lautet, welcher Begriff wurde 2020 zum Jugendwort des Jahres gekürt? A. Lovely, Lost oder Lullaby? Ich weiß es nicht. Ich habe aber eine eindeutige, eindeutige Präferenz. Was hast du genommen? Also ich weiß es auch nicht. Ich habe B, Lost. Ja, ey, das ist so Lost. Du bist so Lost. Was ist richtig? Herr Klussmann, Sie sind so Lost. Was sagt der Jäger? Lovely. Das ist, wenn Sie das sagen, Cringe. Das ist Cringe. Das ist so Cringe, ey? Ja. Ach komm, Sie feiern das doch. Sie feiern doch. Sie sind doch ein Ehrenmann. Oder? Oh Gott. Ehrenklussmann. Weiter geht's. Sehr schön. Sehr lovely. Damit in der Werbung Armbanduhren freundlicher aussehen, ordnet man die Zeiger zu welcher Uhrzeit an, damit sie lächeln. 10 Uhr 9, 8 Uhr 19 oder 9 Uhr 15. Das ist überragend. Habe ich noch nie gewusst, dass man das macht. Macht man das? Macht man, ja. Echt? Ja, kenne ich aus der Werbung. Also wenn wir Werbung für Uhren machen, die müssen auf A 10 Uhr 9 stehen. Auf 10 Uhr 9 müssen die stehen, die Zeiger. Ich verstehe das ja, wenn ich in den Zeitungen sehe, so toll fotografiertes Essen. Da weiß man ja immer, okay. Aber bei Armbanduhren, warum 10 Uhr 9 und nicht 10 Uhr 10? Oder 11? Sieht besser aus. Ist harmonischer. Na gut, sieht halt besser aus. Was ist die richtige Antwort? 10 Uhr 9. Wem glauben wir nicht dir? Was sagt der Jäger zu lächelnden Zeigern? Hey, die stelle ich mir immer so. Haben Sie es gewusst? Ja. Echt? Klar. So cringe, ey? Nein. Nächste Frage kommt. Die werden Prinz Harry und Herzogin Meghan in der Klatschpresse häufig genannt. A. Sussexes, Lancasters oder Cornwallers. Ist das so? Ja. Nie gelesen. Was hast du das genommen? Ich habe A genommen, Sussexes. Ja. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Das ist eine Stufe vor Brangelina noch, glaube ich. Was sagt der Jäger? Ja, nur noch zwei. Machst du sehr gut, mein Lieber. Ich hoffe, weiter so. Natürlich. Ja, ich mag das. Ich mag das. Worum handelt es sich, wenn ein Gewässer mit gemeinen Schwebekugeln belastet ist? A. Plastikpartikel, Blaualgen oder CO2-Blasen. Das ist mit Harry einfacher gerade. Was hast du genommen? Da habe ich geraten. B. Blaualgen. Okay. Was ist richtig? So läuft es doch hier. Matchbälle. Wie viele, sagt Herr Klussmann uns? Besondere Blau-Eigeart. Das ist eine richtige Jäger. Der kann alles erklären. Das ist eine Blau-Eigeart. Selten so einen gut gelauten Kandidaten bleiben. Sie haben sich also noch etwas für die G jetzt ins Finale mit dieser Antwort auf diese Frage. In welchem EU-Land ist die Höhe von Bußgeldern im Straßenverkehr einkommensabhängig? A. Finnland, Irland oder Ungarn? Schneller Jäger? Hm. Was hast du genommen? Da muss ich raten, ich habe nicht mehr einen Führerschein. A. Finnland. Sie tauchen nicht. Treffen sich ja die Richtigen hier. Sollen wir Herrn Nagosnik dazu noch holen? Dann spielt ihr die drei lustigen vier. Was ist die richtige Antwort? So ist doch alles in Ordnung. Warum hast du nicht getocht, Mensch? Samia, weiter geht's. Sehr gut, Spaß. So, Samia, jetzt bist du dran. 6.000 haben wir schon im Finale. Ja. Und die beiden Burschen. Ich hoffe, du kommst da hinterher. Und gerne auch mit ordentlich Kohle. Thorsten wollte das nicht, der hat es nicht so mit Kohle. Ja. Ich habe das souverän gemacht. Du kommst aus der Schweiz? Ich wohne in der Schweiz, aber ich komme aus Norddeutschland. Ah ja, wo denn aus Norddeutschland? Aus Riesland, Emden. Ach ja, okay. Prima. Was machst du beruflich? Ich bin Bio-Pharma tätig. Und Hobbys, Interessengebiete? Was wäre gut jetzt in der Runde? Vielleicht Sprachen oder... So was? Ja. Dann gucken wir mal, was noch übrig ist, was die anderen schon weggequizzt haben. Eine Minute für dich, konzentrier dich gut. Deine Zeit startet jetzt. Wie man im Kochtopf auf dem Herd sehen kann, dehnt sich Wasser aus, wenn man es... Kocht. Ja, genau. Welches finnische Wort wird in Deutschland für ein Heißluftbad benutzt? Sauna. Welcher Planet hat den Namen mit den meisten Buchstaben? Jupiter. Von Sennern gehütete Kühe verbringen welche Jahreszeit vollständig auf einer Halm? Winter. Sommer. Welche Denksportart spielt man in den Varianten Normal, Schnell und Blitz? Sudoku. Schach. Welche Schweizer Schlagersängerin veröffentlichte 2021 das Album Alles, was du brauchst? Weiter. Beatrice Egli. Wie heißt der am längsten regierende schwedische König aller Zeiten? Weiter. Kai Gustav. Wie lautet in der Anatomie das deutsche Wort für die Iris im Auge? Regenbogenhaut. Ja. Von welchem Kontinent stammt die Sprache Tagalog? Asien. Bei den Mint-Fächern steht das M für welche Wissenschaft? Mathematik. Stanyol wird hergestellt, indem man welches Schwermetall zu einer dünnen Folie walzt? Weiter. Zinn. In welchem Land brach 2021 der Vulkan Fagradalsfjall aus? Riesland. Na, in welchem Pol leben Pinguine? Am Südpol. Ja. Da höre ich noch ein Dollarzeichen. 4.000 wären es dann. Den müssen wir noch mal kurz prüfen im Südpol. Aber das ist super. Das wäre dann noch einmal eine Steigerung bei den Runden. Wir kämen auf glatte Zehen. Oder du zockst jetzt mal. Gucken wir mal. Gucken. Gucken. Hier kommt der Jäger. So, Herr Kloßmann. 6.000 liegen da. Und Samja ist da. Hallo. Hallo. Wieder eine Steigerung in der Schnellrate-Runde. 4.000 Euro. Mein Respekt. Das war sehr gut. Ja. Der biete ich auch sehr wenig. 1 Euro. Aber jetzt könnten Sie mal zocken. Für 30.000. Boah. 30.000. Ich sehe da ganz gespannte Gesichter. Ja. Dann zocke ich auf die 30.000. Ja, oder? Mit aber aus vollem Herzen auch? Ja. Gut. Ja. Gut. Die Jagd beginnt. Super. Ganz stark. So, Samja. Auf geht's. Für 30.000 Euro. Und wenn man die höchste Düne Europas erklimmt, befindet man sich an der Atlantikküste von A. Frankreich, Spanien oder Portugal? Beide schnell. Was hast du genommen, Samja? Äh, C. Portugal. Portugal. Ist das am höchsten? Frankreich. Oh, was sagt der Jäger? Jetzt ist er direkt da. Das ging schnell. Ja, aber wir kennen uns so ein bisschen aus heute mit dieser Drucksituation. Die haben wir schon öfter bewältigt. Das machst du jetzt auch. Und gehst ganz in Ruhe die Treppe runter. Wasser entsteht durch kosmische Strahlung und half dabei, einen riesigen Ruhlraum in der Cheops-Pyramide zu entdecken. Ah, Mionen, Hicksteilchen oder Quarks? Überhaupt keine Ahnung. Was hast du genommen? Ähm, Mionen. Mionen? Klingt doch mal. Ich bin sicher, dass ich das genommen habe. Klingt doch mal wie eine Pilzinfektion. Was ist die richtige Antwort? So, nämlich, jetzt geht's los, hier, Samja. Sehr gut. Was sagt der Jäger? Kört fack. Nächste Frage kommt. Und die nächste richtige Antwort bitte auch. Wer trat zweimal erfolglos als SPD-Kanzlerkandidat gegen Konrad Adenauer an? A. Erich Ollenhauer. B. Willy Brandt. Oder C. Kurt Schumacher. Mal zweimal. Ganz zuglaublich. Ausschlussverfahren. Ach, nee. Zweimal? Wer hat das genommen? Ich hab C. Kurt Schumacher. A. Ach, schnell tot. Was ist die richtige Antwort? Wir kriegen A. Ja, befürchtet ich. Und jetzt ist die Frage, ob ihm seine... Mensch, Olle Erich. 47 Semester Politikwissenschaften jetzt geholfen hat. Es wird leider am 48. gelehrt. Okay, was sagt der Jäger? Vielen Dank fürs Kommen, Samja. Feuer, gute Hand im Finale, bitte. So, ihr beiden. 6.000. So, Finalzeit bei Gefragt Jagd. Das große Gehät gerade blieb uns nochmal verwehrt. Mit den 30.000 war aber klar eigentlich, dass sie zocken musste, fand ich. Und jetzt müsst ihr es regeln hier mit euren 6.000, Thorsten und Oliver. Zwei Punkte habt ihr Vorsprung, zwei Minuten Fragen. Ich hoffe, ihr kommt in einen guten Flow jetzt, dass ihr viele richtige Antworten gebt. Und eure Zeit, so ihr denn bereit seid, ja, startet jetzt. Wie heißt die größte Nachbarinsel von Irland? England. Nach welchen Heiligen ist der Dom Wiens benannt? Stefan. Pablo Picasso wurde mit 14 Jahren in die Kunstakademie welcher Stadt aufgenommen? Gnädig. Welcher Dichter der Klassik ist namensgebend für eine Schaumrolle beim Konditor? Schöner. Welche Farbe steckt im Wort Knoblauch? Weiter. Eine Flaschenpost mit Liebesbrief. Ist der Auftakt zu Nicola Sparks Roman weit wie das? Weiter. Was für eine mythische Gestalt zeigt die Nationalflagge von Bhutan? Drache. Welchen Hobbit spielte Ian Holm? Bilbo Beutley. Wie lautet der Oberbegriff zu Alpen, Harz und Pyrenäen? Gebirge. In welchem Land kam die Vereidensforscherin Jane Goodell zur Welt? Südafrika. Welcher französische Impressionist lebte die letzten Jahre vor seinem Tod 1903 in Polynesien? Guckau. In welcher Landeshauptstadt steht das Hundertwasserhaus Grüne Zitadelle? Weiter. Damit Teig beim Ausrollen nicht an der Arbeitsfläche haften bleibt, bestreut man die in der Regel mit? Niel. Welche Olivia eroberte 2021 mit Driver's License weltweit die Charts? Meilen. Im Norden welches Kontinent ist der Dickschwanz-Skorpion Androctonus Australis beheimatet? Australien. Eine aktuelle Doku über Rassismus im deutschen Fußball trägt den Titel Schwarze? Weiter. Welche Sprache sprechen die Einwohner von Malmö? Spinnisch. Welcher Ton liegt ein Halbton über dem D? Diss. Ein Bestandteil des Zaubertranks ist in den Asterix-Comics welche immergrüne Heilpflanze? Mistbipp. Das Weltweit Erste vom Frittmuseum befindet sich in welcher Stadt Belgiens? Prost. Welches Fleischprodukt kommt bei einem Hotdog in ein Brötchen? Prost. Welches Material wurde ursprünglich für eine Paneel genannte Wandverkleidung benutzt? Holz. Zwölf Punkte. Gut. Atmen wir kurz durch. Zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. So Herr Kloßmann, einmal noch heute Abend, eine Zwölf steht. Sollen wir direkt loslegen, ja? Das machen wir. Ihr wisst Bescheid, wenn er patzt, dann seid ihr bitte da, setzt ihn zurück. Für Sie zu Hause noch der Hinweis an dieser Stelle, alle Finalfragen und Antworten können Sie natürlich sofort nach der Sendung auch im Netz nachschauen auf das erste D-Gefragt-Gefragt-Jagd oder natürlich in der ARD-Quiz-App. Und jetzt zum letzten Mal heute Abend die Jagd beginnt. Sebastian Kloßmann ist der Jäger heute Abend. Er braucht zwölf richtige Antworten, hat zwei Minuten und seine Zeit startet jetzt. Die Nordsee ist ein Randmeer welches Ozeans? Atlantik. Wie heißt das höchste Bauwerk von Dubai? Der Maler Jean Miró lebte von 1956 bis zu seinem Tod 83. Auf welcher Insel? Ähm, Lanzarote. Stopp die Uhr. Ach. Mallorca? Mallorca? Auf Malle, ganz genau. 1,44 bleiben Ihnen. Sie fallen auf einen, brauchen 11, Herr Kloßmann und die Zeit startet jetzt. Welchen französischen Koch erhob Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing 1975 zum Ritter der Ehrenlegion? Okay. Welche Farbe steckt im Wort Begründung? Grün. John Ironmonger schrieb den Roman Der Wahl und das Ende der? Zeit. Stopp die Uhr. Welt. 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 Welt, jawohl. Genau richtig. So macht ihr das. In diesen Abständen nimm mal einen Rücksetzer, dann kommen wir ins Ziel. Zeit startet jetzt. Was für ein Vogel zeigt die Nationalflagge Ägyptens? Warte. Wie heißt die Eiskönigin im Oscar-prämierten Animationsfilm? Warte, Eiskönig. Ähm, Yvonne. Stopp die Uhr. Das weiß ich nicht. Warte. Mir fehlt das Kind. Nein. Das ist das Kind. Ne? Ach. Elsa. Elsa, mir fehlt. Ja. Ich muss Nachwuchs sorgen. So lost du. 1,16 für 9. Zeit startet jetzt. Welches tropische Grasland reimt sich auf Susanne? Äh, Saban. Aus welchem Land stammte die feministische Sexualwissenschaftlerin Sherry Haid? Usanne. Der Rote Weinberg war eines der wenigen Gemälde. In welcher deutschen Landeshauptstadt steht die Theatinerkirche? Theatinerkirche. Äh, München. Zum Fixieren von klassischen Rouladen eignet sich auch welches hölzerne Werkzeug? Zeug zur Zahnreinigung. Ein Zahnstopp. Welche Shirin stürmte mit dem Song? Nein, mit. Schwarzbären gibt es nur in Ostasien und auf welchem anderen Kontinent? Äh, Nordamerika. Til Schweiger drehte 2020 eine Dokumentation über welchen Fußballweltmeister? Äh, groß. Stopp die Uhr. Shit, was ist denn ein Schweinsteiger? Ja. Brauch jetzt die Albus? Was kann Schweinsteiger? Das ist völlig richtig. Sehr gut, Oliver. Der war wichtig. Wir sind unter der 30 Sekunden Grenze. Drei brauchen Sie. Herr Klusmann, Zeit startet jetzt. Welche Sprache sprechen die Einwohner von Neapel? Italienisch. Welcher Ton liegt einen Halbton unter dem A? Ha. Stopp die Uhr. Aha. Nein, andersrum. Ja, das ist richtig. Ass. Gis hätte ich auch genommen. 20 Sekunden für drei. Zeit startet jetzt. Laut den Asterix Comics haben Gallia nur Angst davor, dass ihnen was auf den Kopf fällt. Seit 1983 lebt der Dresdner Künstler Gerhard Richter in welcher deutschen Großstadt? Ähm, Dresden. Stopp die Uhr. Mann. Berlin. Berlin. Es ist Köln. Ach, Gerhard Richter. Wir sind bei acht Sekunden und die Zeit startet jetzt. Mit welchem Brei wird Sauerkraut klassisch serviert? Äh, Dresden. Aus welchem weißen Gestein wurde der Parthenon? Wir sind bei einer Sekunde. Herzlichen Glückwunsch, Herr Klusmann. Das ist brutal nervenstark. Wenn in dieser Frage das weiße Gestein am Ende gekommen wäre, dann hättet ihr 6000 Euro. Es tut mir fast wirklich leid. Nicht oft, weil sie haben grandios gequisst. Das war wirklich eine tolle Leistung. Aber selten so gut zurückgesetzt worden. Mit Wissen und educated guesses. Also, das ist, äh, ich will, das ist absolut authentisch und ich nehme Ihnen das ab. Das hilft bloß leider nicht, weil dann ist die Enttäuschung in dem Moment fast noch größer. Bei einer Sekunde. Aber bitte lasst es euch gesagt sein. Ihr wart super. Und es hat großen Spaß auch noch gemacht. Vielen Dank. Es tut mir wirklich leid. Aber dafür sind Sie Jäger. Und leider auch nervenstark. Das war gefragt, die Jagd für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend, tschüss. Bravo. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020